Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 We saw from both sides stupid things on the ball or lose the ball. That's the tension that was. But if you see the game plan and what they want, that was very clear from both sides. And in the press, the plan works. We cover the ball and also with the depth runs, they were weak with the space behind and we make quick the 1-0. And I think the second half, we had three great, really great attacks. And we scored two times from that. We had a great transition and a great individual action from Esco, where he deserved a penalty. And you know penalties in Esco. He has so good penalties. And then we came on 3-1. And then we had to make the game plan. The whole was very nice. It was very nice. It was always a lot. We had some opportunities we would like to do with it. And then we had to play with it. And then it was just a game plan. Das war ein sehr langes Zeit lang. Wir haben leider nicht so geimpft, wie wir uns schreckt haben, weil die nicht so geimpft haben, man kann man gut merken. Ich glaube, in 92 minuten haben sie 3-2 gespielt. Wir haben 15 minuten gespielt. Dann wissen wir, wie das Herzblaschen ist zwischen den Spielern und den Trainer. Es war intensiv, und wir sind presset, wir sind nervös, wir sind nervös und wir sind gespannt. Wir haben die Drenge gehofft, dass sie das Spiel spielen können. Es war schwer, wenn sie zu Ende gespielt haben. Aber es muss so wenig sein. Es ist jemand, der schnubler oder jemand, der denkt etwas. Und dann ist es plötzlich 3-3. Heute kommen viele Menschen und haben einen Brumby-Shirt an. Die Leute sprechen über das in der Dressung. Das gibt ihnen so viel Gefühl, dass sie alle starten für den professionelle Fußball. Es war enormt fürlösende, als er es flottet. Es ist eine spezielle Gruppe. Ich habe aldrig gedacht, dass wir verloren haben. Es gibt nicht mit den Drenge und in der Gruppe. Es ist eine spezielle Gruppe. Die Drenge kommen immer wieder zu Ende. Die Drenge mit dem man nach dem you can. Es ist sie gestartet. Du hast eine gute Arbeit builten. Drenge dich an! Ich liebe euch euch! Höf7. Und auf das Drenge auf đi barn. Komm her an? Und dann war wir fertig. Ich habe es acceptiert, aber die Reaktion von Lukas, die Reaktion von Saja, wie sie zurücktracken, wie sie das Gesicht verletzten, wie sie das Gesicht verletzten. Was ein Tag, Mann! Wir wollen das heute sehen, auf höhere Geschwindigkeit, auf intensivität mit dem Ball. Die dritte Mann-Player arbeiten zusammen. Play, 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 play. Und nur denken, was wir in diesem Moment wollen, ist eine Chance für einen Schott und Ball. Wir kommen 100% an zu angriben und zu jagen. Und wir müssen einfach den Kampf gewinnen. Wir haben auch Tapp-Terrainers 2-0, und es ist eine Reaktion. Wir haben eine große Glückwunsch mit der erste Saison. Und dann glaube ich, dass wir mit den Kampf dabei sind. Ich habe mir das sehr viel. Und dann komme ich mit dem nach Hause und die Jubel-Video. Hey, drenge. Ich würde gerne sagen, dass du mit den vierte Saison gefällt an der wir gerade mit den vierte Saison. Ich kann es jetzt nur auf, dass ich das fertig wäre. Also möchte ich alle hälter und so viel mit der anderen Kampen auf dem ohne das. Ich habe mit den Finger hern und ich gerade so. Drenge. Wir haben momenten, mit der man sträber efter, als du ein Fußballer. Ich sage es einfach an ein Gas. Ich werde es wirklich nur auf dem! Ich hoffe, dass viele Menschen kommen, die zu sehen, dass sie die Freunde gewinnen können. Aber wenn wir spielen auf unsere Weise, dann wir gewinnen. Geh alles auf die Pinsche. In Backtracking, in Pressing, in Beliefing, in Vertrauen, in Verbindung, in Familie. 95 Minuten heute. Doe es zusammen. Beide besser auf der Pinsche. Denk schneller. Spiel schneller. Press schneller. Dann bist du ein Champion. Good luck, guys. Make a good game and win the game. Quick combination! Meldefelde! Quick play! Quick play! Quick play! Tempo auf die Lapp! And again! Come in! Step in! Piss man! Arzt her! Länger in! Piss! On the side! Hopp! Let's win! Jaaaa! 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 Ey, fantastisch Philipp! Keep going! Keep going, man! It's a great job! Come on! Heks. Hex. Hex! 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 John! Quicker play! Esco! Drop! Come on! Ready! Ja, ja! Ready! Come! Esco! We don't need this! Come! Jaaa! Danny Barman! Hä? Oh! Oh! Okay! 45 minutes! Plus 5 minutes extra time! I hope it! I hope! You know why I hope they give 5 minutes? Then you can give this 5 minutes an extra show to the crowd who are there! They are there for you guys! Win this game! Be a family! Fight for 45 plus 5 minutes! Every meter! Yeah! Out of your body! Okay John? Yes? Kom ze aan Gulag! Kom! Bad tracking man! It's a hard go! Yes! Yes! Oh my God! Yes! Yes! We score 1-3-1! Ich bin der Mann und der Schuhe! Wir haben Schakobu! Das bleibt nur ein, mein, das ist der Wendermann. Jaaa! Jaaa! Schampione, ole ole ole! Schampione, Schampione, ole ole ole! Ruh, 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 Ruh! Jaaa! Hey, 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 hey! Ja! 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 Ich will es Ihnen sagen, in jenisch! Ja! Ja, Meno! 2, 2, 3! Freibandemannien! 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 Ey, ey, ey! Nige Zine! Ja! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Ey, ey, ey! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Gute Talenten, gewinnen. Ole, Ole, Ole! Championen, Championen, Ole, Ole! Good talents win games, but real teams win championships. Go, go! Good ball, man! Hey, we play a cupfinal, eh? It's not a practice game. Come on! Guys, it's warm. The pitch is slow. The pitch is grass. We can find a lot of excuses. But I definitely know, if this was a world championship for Denmark in Saudi Arabia, 45 degrees on a bad pitch, your old guys are motivated. But now, it's guys from 16 years, they think it's slow, blah, 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 and we go find excuses in a bad bounce. No, what's to yourself? Accept this. Step up. 40 minutes, guys. 40 minutes is... You must win this final. Everything. Keep backtracking. Keep the play together. Okay, guys? Come on, man. Be a family over there. Come. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Alles aus dem Spiel, die Emotionen und Chancen, ist es jetzt weg. Es ist jetzt nur ein Fokus auf deinem Penalty. Das war ich jetzt aus dem Deal, da Karten… Ne! Ne! Ja! 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 Championes! Ole! 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 Saxon! Ole! 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 My first feeling was a little bit that emotional part from Fuckman. It was so nice year. We have won everything but we could win. So much people are following the Brumby on the 17th and 19th the Masterclass that it is really a team of the fans from the Masterclass. and that was for me really new. I don't want to say the word pressure because that can be negative but I think they are curious to which players are coming up. That connection between fans and players and it was nice to see. I think there was some kind of pressure in that for the boys and for us and for everyone with so many people around in a good way. but that's also for the boys to learn and for us to learn and for everyone to okay how do we do this when there is a lot of people watching and we are really really happy with that because then it's also easier for the boys for the transition. That is not the first time there was a crowd and yeah when you have a lot of Brumby shirts on the Tribune it's just it's a good feeling but it's also okay. We also want to give it a little bit back with how we perform on the pitch and what they want to see in the style of play. Ohhhhh! Das war der letzte Spiel zusammen. Bis zum nächsten Mal.